Das ist meine. Oder das ist meine. Man kann jonglieren mit dem auch. So, ladies and gentlemen, ein massiv Holzkugel, das begeistert das Publikum sagt, oh. Ein massiv, hey, 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 zweieinhalb Stunden. Der Bus fährt später auch? Das ist nach Wales. Kein Bus fährt nach Wales. Warum denkst du, dass ich noch hier bin? Stuttgart. Stuttgart, wer will nach Stuttgart fahren? Ladies and gentlemen, ein massiv Holzkugel, ein begeistertes Publikum sagt, oh. Und mit dieser massiv Holzkugel werde ich jetzt, sie füllt dieses Loch, also perfekt, ich muss mal sagen, eine bessere Lochfülle habe ich nie in meinem Leben gesehen. Ihr drei seid trefflich, danke schön. Aber, das ist eine massiv Holzkugel und wer versteht das, wer weiß, dass dies eine massiv Holzkugel ist. Wer denkt, es ist keine massiv Holzkugel? Schau mal jetzt, dieser junge Mann hier. Komm, bitte hier. Nimm deine Hände aus deiner Tasche, du kannst nicht in die Offenigkeit mit deinen eigenen Eilen rumspielen. Das sind die Hände. Komm mal bitte hier. Auf diesem Blutfleck da und sag mir, wie du heißt. Dennis. Das ist Dennis the Manus. Dennis Kopf an diese Kugel, bitte. Nicht mit deinem Kopf. Es sieht so ähnlich aus, aber bitte nicht. Hat das dir wehgetut, ist? Nein, der macht das Herz ein bisschen. Ist das eine massiv Holzkugel? Eine massiv Holzkugel. Oh. Ladies and gentlemen, mit dieser ein massiv Holzkugel zeige ich euch der kunstliche Engage. Eine Kugel in eine Hand, aber nicht nur. Pass mal auf, jetzt ist es in die andere Hand. So was habt ihr vorher nie gesehen, oder? Aber, haha, es geht auch in die andere Richtung. Und wieder zurück, und wieder zurück. Aber dass es nicht da ist, nein, ich habe hier zwei Kugeln. Die zweite Kugel ist jetzt in meiner linken Hand. In die rechte Hand, die rechte Kugel. In die linken. In die rechte Hand, die rechte Kugel. In die linke Hand, die linke Kugel. Und jetzt, die rechte Kugel in die rechte Luft. Und die linke Kugel in die linke Luft. Ihr seid begeistert. Ihr seid begeistert. Aber das ist nicht alles und ein. Jetzt gehen die Kugel von einer Seite bis die andere. Ihr seid noch mehr begeistert. Flip aus. So spontan. Und jetzt, meine Damen und Herren, wenn ihr sehen, zwei Kugel in nur einer Hand. Oh. Gut, oder? Nicht schlecht, oder? Hallo. Aber das ist nicht alles. Oh nein, das ist leicht. Das kann jeder, selbst Dennis. Kannst du das auch, oder? Meine Damen und Herren, dritte Kugel. Oh. Dritte Kugel kommt jetzt. In die dritte Hand. Konzentration. Auf die dritte. Konzentration. Auf die dritte. Kuck. Kuck. Ähm. Ähm. Warte, warte, warte. Dennis, komm mal her. Nehm dieses Kugel, bitte. Nehm dieses Kugel in deine Hand. Und jetzt steht da, Blutfleck. Dennis, wenn ich sage, drei, woher werde ich zwei und eins sagen. Dann wirf dieses Kugel zu mir ungefähr hier. Und ist so hoch, dass es nie wieder runterkommt. Da. Da. Und dann, meine Damen und Herren, werde ich jonglier mit diese drei Kugel. Und dann werde ich jonglier mit dieser Kugel. Ich schrei vier. Und bei vier, hau ab. Ladies and gentlemen. Nimm deine Hand aus deiner Tasche. Sonst frage ich mir vor, ist es mir die falsche Kugel. Ladies and gentlemen. Jong March mit drei massive Holzkugeln. Eine schnell wegrönnende Dennis. Eins. Ist du bereit? Mach's. Zwei. Drei. Hopp. 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 Jong March mit drei massive Holzkugeln. Sieht das schön aus? Höh. Sieht das gefährlich aus? Ja. Dann komm etwas näher. Ladies and gentlemen, es ist schön, aber aufhören ist das Problem. Ich weiß nicht, wie ich aufhören kann. Dennis, komm mal bitte her. Dennis, komm mal bitte her, sonst komme ich zu dir. Dennis, nimm deine Kugel wieder raus. Hast du vergessen, welches war? Guck mal, Dennis, ich wirf dir deine Kugel zurück nach drei. Alles klar? Nach drei. Drei. Einen Applaus für Dennis. Unglaublich. Dennis, das hat dir gefallen, nicht wahr? Hat das dir gefallen? Dann zeig es mir. Wollt ihr noch mehr sehen? Ja. 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 Ja.